Ich komme aus einer Bäckereifamilie und dort ist der Betrieb in Insolvenz gegangen, da war ich 14, 15 Jahre alt, und durfte erfahren, was es bedeutet, tatsächlich alles zu verlieren. Damals konnte man meinen Eltern, unserer Familie eben nicht helfen, dort gab es keine Hilfe. Und diesen Zustand möchte ich meinen Mandanten ersparen, ich möchte helfen, ihnen wieder neue Wege aufzuzeigen, neue Perspektiven zu bieten, wieder eine Zukunft aufzubauen, auch als Selbstständiger Angst zu nehmen, zukunftseng zuzunehmen, dass es eine Zukunft gibt, dass die Familie nicht unter der Brücke schlafen muss, dass nicht das Haus oder die Wohnung verloren geht und dass man tatsächlich das Unternehmen erhalten kann. Sie können wieder selbstständig sein, sie können wieder frei wirtschaften und wieder nach vorne blicken. Ich bin immer heilfroh, wenn der Mandant rechtzeitig zu mir kommt, weil wir dann viel mehr Möglichkeiten haben, eine Situation wieder zu bereinigen. Ich sage immer, es ist nie zu früh und nur selten zu spät. Die Bestätigung meiner Mandanten, die immer wieder sagen, Herr Höfer, wenn wir Sie nicht gehabt hätten, dann wüssten wir heute nicht, wo wir wären, dass ich wieder in freudestrahlende Gesichter gucken kann, die wieder ruhig durchschlafen können, die noch nach Jahren oftmals mit Dank mir entgegenkommen, und das ist Anreiz genug, diesen Job zu machen. Ich bin Rechtsanwalt Ralf Höfer. Ich bin derjenige, der Sie in wirtschaftlicher Not wieder ruhig schlafen lässt.